Moin Leute! Wenn man eine ganze Zeit mit einer Software arbeitet, dann gewöhnt man sich so seine eigenen Workflows an. Das funktioniert alles, aber manchmal hat man doch das Gefühl, dass man irgendwie das ein oder andere ja doch so ein bisschen umständlich macht. Und ich habe jetzt mit Final Cut wieder ganz, ganz viele Videos geschnitten, gerade wieder ein längeres Video-Tutorial. Und da habe ich mir dann einfach mal die Zeit genommen, habe ein paar Menüs in der Software durchforstet, habe auch mal im Internet geguckt, was könnte man eventuell noch mal schneller machen, verbessern, wo hat mich was genervt. Ja, und diese Tipps und Tricks, die habe ich jetzt mal in diesem Video zusammengepackt. Insgesamt sind dabei so elf kleine Kniffe rausgekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, warum hat mir das nicht jemand vorher gesagt? Und ich würde sagen, wir starten einfach. Vielleicht ist ja für euch was dabei. Tipp Nummer eins. Die ganze Timeline anzeigen. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich arbeite normalerweise immer mit Command Plus Minus, um die Timeline zu vergrößern und zu verkleinern. Ja, und manchmal möchte man dann halt einfach einen Überblick über das ganze Projekt haben und sich auf einen Schlag die ganze Timeline anzeigen. Und das ist der erste Shortcut, den ich habe. Und zwar einfach Shift Z. Drückt einfach Shift Z und ihr seht sofort die komplette Timeline. Wer von euch mit einem Trackpad arbeitet, der kann übrigens auch einfach mit zwei Fingern einen Doppelklick machen. Also einfach zweimal drauf tippen. So, ich muss hier rein. Und damit kann man auch die ganze Timeline anzeigen. Mit zwei Fingern auseinanderziehen, zusammen oder ein Doppeltipp und die ganze Timeline anzeigen. Tipp Nummer zwei. Der Zoom in die Timeline. Ja, auch das mache ich meistens mit Command Plus. Aber manchmal ist man halt an einer ganz anderen Stelle in der Timeline und möchte jetzt nochmal irgendwo einen Übergang so ein bisschen genauer bearbeiten. Und ja, bevor man da jetzt halt mit dem Abspielkopf an die richtige Stelle fährt, ein paar Mal Command Plus drückt, haltet doch einfach mal die Z-Taste gedrückt und dann malt ihr einfach eine Box über die Stelle, die ihr vergrößern wollt. Wenn ihr dann loslasst, dann zoomt die Timeline ziemlich genau auf die Stelle rein, um die ihr die Box gemalt habt. Und das, finde ich, geht echt richtig gut, richtig schnell. Also nachdem ich das konnte, benutze ich das mittlerweile fast überall. Tipp Nummer drei. Automatisches Tempo. Ich denke mal, viele von euch arbeiten auch gerne mit Zeitlupen. 100 oder 120 Frames die Sekunde benutze ich sehr, sehr häufig. Ja, und um das Ganze dann auch wirklich in der passenden Framerate abzuspielen, muss man halt immer so ein bisschen umrechnen. Wenn man eine 30er Timeline hat und in 120 aufgenommen hat, dann ist es relativ einfach umzurechnen. Aber was ist, wenn ihr zum Beispiel eine Timeline mit 25 Frames die Sekunde habt und in 120 Frames aufgenommen habt? Ja, da muss man erst mal rechnen. Das sind dann irgendwie so 22, 23 Prozent oder so, auf die man die Geschwindigkeit seines Clips einstellen muss. Und das geht deutlich einfacher. Ich habe jetzt hier eine Timeline mit 25 Frames die Sekunde und packe da jetzt einfach mal einen Clip rein, der mit 30 Frames die Sekunde aufgenommen wurde. Ja, und wenn ich den jetzt in genau der richtigen Geschwindigkeit, also so, dass es framemäßig passt, abspielen möchte, gehe ich einfach hier in das Retiming Menü und dort gibt es einen Unterpunkt automatisches Tempo. Und jetzt macht Final Cut automatisch hier die richtige Prozentzahl, also in dem Fall sind das dann 21 Prozent, mit denen der Clip abgespielt werden muss, damit das dann von der Geschwindigkeit und von den Frameraten ganz genau passt. Tipp Nummer 4 hat auch mit Tempo zu tun. Ihr kennt das ja vielleicht, ihr habt ein bisschen bearbeitet, gemacht, getan in der Timeline und dann passt das eigentlich alles schon. Ihr wollt aber von einem einzelnen Clip vielleicht die Geschwindigkeit nochmal ein klein wenig anpassen. Ich habe hier mal ein Beispiel, hier dieses Intro, das ist schon alles geschnitten, die Musik ist schon drunter und jetzt möchte ich diesen Clip hier, der mittendrin ist, von der Geschwindigkeit her etwas anpassen. Der ist mir jetzt hier vielleicht etwas zu langsam. Jetzt gehe ich in das Retiming Menü, dort gehe ich dann auf eigene Geschwindigkeit und ja, hier gibt es so einen kleinen Haken, den vielleicht viele von euch noch nicht beachtet haben. Hier ist Länge ändern angeklickt. Ja und wenn ich jetzt sage, ich gehe hier auf 50 Prozent, dann wird mein Clip entsprechend verkürzt und das passt dann alles nicht mehr mit der Musik, die ich da drunter habe. Wenn ich aber hier das Häkchen bei Länge ändern wegnehme und jetzt zum Beispiel sage, ich möchte diesen Clip mit 50 Prozent abspielen, dann macht Final Cut eine höhere Geschwindigkeit, aber passt den Clip von der Länge her automatisch so an, dass es immer noch hier vom Schnitt her genau passt und man muss halt nicht mehr so wahnsinnig viel daran ändern. Also habe ich mich auch richtig drüber gefreut, als ich den Tipp gefunden habe. Der nächste Tipp, den habe ich im Menü gefunden. Normalerweise, wenn ich schneide, dann gehe ich immer hier mit dem Abspielkopf an die richtige Stelle, mache dort dann einen Schnitt, zum Beispiel mit Command B, klicke dann den Teil an, den ich raus haben will und lösche den einfach raus. Das geht deutlich schneller. Geht doch einfach mit dem Abspielkopf an die Stelle, wo ihr schneiden möchtet und dann könnt ihr einfach den Shortcut Option SZ oder Ü nehmen. Mit Option SZ wird der Schnitt gesetzt und alles, was links vom Schnitt ist, wird gelöscht. Ja, und mit Option Ü geht das entsprechend andersrum. Also wenn ich jetzt hier bin und Option Ü drücke, dann wird ein Schnitt gesetzt und alles rechts vom Schnitt rausgelöscht. Der nächste Tipp hat auch mit dem Schnitt zu tun. Ja, normalerweise gehe ich mit dem Abspielkopf an die Stelle, wo ich schneiden will, drücke dann Command B, um dort den Schnitt zu setzen. Oder aber ich drücke B, um die Rasierklinge zu bekommen und dann dort entsprechend meinen Schnitt zu platzieren. Ja, ich muss dann halt immer wieder zurück, beziehungsweise muss halt mehrere Klicks machen, muss eventuell wieder auf das Auswahlwerkzeug. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt einfach die Taste B gedrückt halten und dann geht ihr einfach mit der Rasierklinge an die Stelle, wo ihr einen Schnitt setzen wollt. Und wenn ihr B wieder loslasst, dann habt ihr automatisch wieder euer Auswahlwerkzeug. Und das persönlich finde ich ganz praktisch, weil da muss ich nicht immer ständig die Werkzeuge wechseln, sondern kann quasi immer nur temporär mein Werkzeug auswählen. Der nächste Tipp hat mit Audio zu tun. Wenn ihr einen Schnitt setzt, dann habt ihr manchmal so Knackser beim Audioübergang. Also manchmal ist da nochmal irgendwie so ein Knacken oder Rumpeln oder ähnliches drin. Ja, und was macht man dann? Man lässt die beiden Clips überlappen und zieht den einen runter und den anderen dann audiomäßig rauf. Das sind dann immer vier, fünf Klicks, bis man das Ganze sich zusammengebastelt hat. Und das geht deutlich einfacher. Ihr markiert einfach den linken und den rechten Clip, dann drückt ihr einmal Option T und dann wird automatisch ein Crossfade angewendet. Das habt ihr jetzt vielleicht gar nicht gesehen, aber wenn ihr ganz genau hinguckt, dann seht ihr, dass hier der kleine Anfasser von dem Audiofade nun hier automatischen Fade in und Fade out hat. Und wenn ich jetzt mal diese beiden Clips markiere und mir die Audiospuren getrennt anzeigen lasse, dann seht ihr, dass Final Cut hier automatisch eine Überlappung der Audiospuren gemacht hat. Und was man nur sieht, wenn man die Spuren wieder reduziert hat, hier ist halt wirklich ein Fade out und ein Fade in in den beiden Clips. Und das klingt dann vom Übergang her deutlich einfacher. Ja, und so kann man wirklich ruckzuck einen automatischen Crossfade setzen. Ein Copy und Paste Tipp. Ihr kennt das bestimmt auch, man hat ganz, ganz viel geschnitten und dann hat man hier zum Beispiel einen so einen Clip und diesen Clip, den möchte man woanders hin kopieren oder nochmal an einer anderen Stelle verwenden. Das geht ganz einfach, man drückt einfach Command C für Copy und wenn man dann aber an eine Stelle geht, wo man den quasi in die B-Roll, also in die sekundäre Timeline packen will, ja, drücke ich jetzt hier Command V fürs Einfügen, dann wird ein Schnitt in meine Timeline gesetzt und der Clip genau dazwischen gepackt und das möchte ich nicht haben. An der Stelle könnt ihr dann einfach statt Command V drückt ihr einfach Option V und dann wird der Clip über eure Haupt Timeline in die B-Roll eingefügt. Noch ein Copy und Paste Tipp. Vielleicht möchtet ihr mal einen Clip in eurer Timeline ersetzen und dabei auf gar keinen Fall die Länge verändern, weil halt auch der Rest von eurem Schnitt vielleicht schon passt. Ihr könnt einfach den Clip, den ihr setzen wollt, markieren, dann geht ihr in euren Media Browser, sucht den Clip, der dort rein soll. Dort müsst ihr einfach jetzt einen Startpunkt setzen, also einen In-Punkt mit der Taste I geht das. Ja, und dann drückt ihr einfach Option R und der Clip aus dem Media Browser wird dann in eure Timeline gepackt und dabei die Länge des Original Clips in der Timeline automatisch übernommen. Ein Tipp zu Titeln. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich benutze sehr gerne den Standardtitel ohne irgendwelches Shishi und passe den dann an meine Bedürfnisse an. Ja, normalerweise muss man dann hier oben erstmal in den Titelbereich reingehen und dann muss man hier erstmal wieder finden, wo dieser Standardtitel eigentlich ist. Ich kann mir das immer nicht merken, der ist hier in Aufbau, Abbau und dann ist das eigene. Ihr könnt aber auch einfach, ohne überhaupt hier oben in den Titelbrowser zu gehen, einfach an die Stelle in der Timeline, wo der Titel rein soll. Dann drückt ihr Ctrl T und habt dort einen Standardtitel, den ihr dann entsprechend bearbeiten könnt. Wenn man mit sehr vielen Clips arbeitet, auch mit sehr, sehr viel B-Roll-Material, dann hat man oft das Problem, dass man nicht mehr genau weiß, was habe ich denn schon verwendet und vor allem welche Stellen, welche Teile aus den Clips sind denn schon in meinem Projekt enthalten. Da kann Final Cut helfen, wenn ihr einfach in eurem Media Browser hier oben auf diese Ansicht umschaltet, wo ihr also wirklich hier die ganzen Clips seht. Dann könnt ihr oben einfach mal auf Darstellung gehen, Übersicht und dann verwendete Medienbereiche. Dann macht Final Cut an die Stellen, die also schon in eurem Projekt enthalten sind, hier unten so kleine orange Balken. Und dann seht ihr halt sofort, ah hier, guck mal, das ist schon verwendet. Und wenn ihr halt noch weitere Clips braucht, dann könnt ihr hier einfach reingehen und sagen, okay, das nehme ich mir raus. Das ist auf jeden Fall noch nicht im Projekt enthalten. Der Bonus-Tipp ist ehrlich gesagt gar kein Tipp, sondern reines Marketing oder eine Verkaufsförderungsmaßnahme. Vielleicht kennt ihr ja mein Final Cut Tutorial. Das habe ich euch auch nochmal hier oben in den Infocards verlinkt. Dort gibt es einmal eine komplette Einführung in Final Cut Pro X. Die ersten Kapitel, die sind kostenlos auf YouTube. Da könnt ihr schauen, ob euch das gefällt, was bringt. Und wenn ihr sagt, ihr wollt gerne das komplette Tutorial haben, dann könnt ihr das bei mir im Shop kaufen. Ja, und als kleines Dankeschön oder kleinen Bonus habe ich einfach mal einen Gutscheincode generiert. Mit dem Code FINAL20 bekommt ihr das Tutorial 20% günstiger. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Vielleicht habt ihr ja auch noch so ein paar kleine Tipps und Tricks und Kniffe, wo ihr sagt, Mensch, das erleichtert mir die Arbeit in Final Cut ganz ungemein. Dann bitte unbedingt unten in die Kommentare rein. Vielleicht entdecke ich da ja auch noch was. Und vielleicht wird es ja irgendwann mal für einen zweiten Teil reichen. Tschüss, Leute. Ciao, Leute.